Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 5. Januar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1295. Heute mit den folgenden Themen. Dell NYX, NYX, wie man es auch mal aussprechen mag. Disney Plus Heizen, Lidl, QI2, Key2, Pipi Labor, Samsung, Nanoleaf, OnePlus und Polestar. Ein bisschen komische Namen heute in dieser kurzen Vorstellungsrunde. Ich starte aber mit etwas eben nicht einfach, nämlich ein Dell. NYX ist ein Konzept, passt ja auch zu der CES. Da werden gerne Dinge vorgestellt, die nie in den Verkauf kommen. Anscheinend arbeitet Dell an einer eigenen Spielkonsolen-Umsetzungslösung, wo man Dinge auf einem lokalen PC gestreamt im Home-Netz spielen kann mit vier oder bis zu vier angeschlossenen Geräten, die das Ganze dann ausspielen. Lag-frei natürlich, im besten Fall. Oder einer serverbasierten Lösung. Das Spezielle am Gerät ist, dass du, wenn du dich einloggen willst, einfach auf dem Handheld den Daumen auf oder sonst ein Finger auf ein Erkennungsplättchen legen musst, Fingerabdrucksensor genannt, und dann lockt es dich gleich in das Spiel, in die Schnittstelle zu den jeweiligen Spieleanbietern an. Sehr praktisch, wie ich finde. Alles andere muss sich zeigen, wie es sich durchsetzen wird. Ich meine, Google hat ja sein Vorhaben erst gerade beendet. Oder wird es tun in zehn Tagen circa. Dann gab es einen richtig grossen Wechsel. Das gab es in letzter Zeit das eine oder andere Mal, dass bei Apple jemand weggegangen ist. Dieses Mal ist jemand dazugekommen. Nämlich der Disney-Plus-Marketing-Chef, der Ricky Strauss, ist zu Apple TV Plus gewechselt. Dort wird er fürs Marketing zuständig sein und sich um Werbung und Produktplatzierungen etc. kümmern. Wir dürfen gespannt sein, was das heissen wird. Zuvor war er unter anderem für Hulu und Disney Plus oder vor allem für den Start von Disney Plus zuständig und hat da Dinge begleitet, wie die Star Wars-Geschichten, was war da noch darunter, Gardens of the Galaxy, The Dschungelbuch, Cinderella etc. Wir dürfen gespannt sein und oder auch bleiben, wenn wir es schon sind. Apple will mit seinen Rechenzentren Städte heizen. So soll das in Dänemark passieren. Ein Ding, was man eigentlich schon beim Bau vor einigen Jahren hätte umsetzen wollen, dann aber nicht gemacht wurde seitens der Gemeinden und Städte, die da rundherum sind, wegen zu hohen Kosten. Aber in Zeiten von hohen Energiekosten und eben dem sinnlosen Verbraten von Wärme hat man jetzt das Ganze doch angehen wollen. Also die Stadt rund um das Apple-Rechenzentrum wird nächstens von da aus mit Wärme gespiesen. Es soll ins Fernwärmesystem mit eingespiesen werden, also die Wärme von Apples oder die Abwärme von Apples Rechenzentrum und an die Stadt weitergeleitet werden. Finde ich gut, soll auch in Finnland passieren. Solche Dinge braucht es mehr. Und da ist Apple nicht allein, auch Microsoft und was war es noch? Ich glaube, Amazon auch mit ihren Rechenzentren, die sie da haben, soll das ähnlich passieren. Weiter geht es mit Lill und die haben ab dem 5.1., also ab heute, Smart Home Geräte im Angebot oder neue Smart Home Geräte im Angebot. Was kommt neu? Es kommt eine Fritteuse, es kommt ein Wasserkocher und es kommt eine Kaffeemaschine, die smart ist, die auf Basis von Zigbee kommunizieren kann, was ich nicht weiss und oder nicht habe herausfinden können, ob die irgendwie schon Matter-kompatibel sind. Zumindest nach ersten Informationen nicht. Wäre schade, wenn nicht. Aber auch sonst praktisch. Also ich mag ja auch unseren Wasserkocher, der das Ganze dann über eine App gesteuert hat oder dann unseren Wasserfilter. Aber ja, Dinge, die ich schon mal vorgestellt habe, könnt ihr drüben auf dem bogeipsi.ch-Blog nachlesen. Per Ende des Jahres, und damit hat Apple wieder mal die CES ein bisschen überstrahlt, hat Apple, oder nicht Apple, sondern das Konsortium, der Wireless Power Konsortium, das WPC, einen neuen Standard ausgerufen. Key2, also QI2 heisst das Ganze, ist der Nachfolgestandard des aktuellen. Der soll eben per Ende dieses Jahres kommen und da wird man wahrscheinlich ein bisschen vorgegriffen haben. Apple hat etwas reingegeben, man weiss nicht, ob sie Geld bekommen haben dafür oder sonst irgendetwas gedreht wurde in die andere Richtung, das ist nicht klar. Aber es ist so, dass MagSafe in den neuen Standard übergehen wird. Etwas, was ich mir schon immer wünsche, meine Android-Devices auch mit MagSafe zu bedienen, denn darüber lässt sich gezielter und weniger verlustreicher Strom in das Smartphone reinpottern. Wir dürfen uns freuen auf Ende des Jahres, dann kommen nämlich die ersten Geräte. Mit dem Withings oder Whiting's U-Scan kommt das Urinlabor zu euch nach Hause. Ich finde das grundsätzlich ein super Gerät, eine super Idee, denn ihr bekommt damit euren morgendlichen Entleerungsgang gleich mit einem Urinlabor versehen. Ihr könnt nämlich Urinproben erstellen, das automatisiert, es sendet es an euer Smartphone und schon habt ihr die Resultate. Der Sensor soll unter verschiedenen Familienmitgliedern unterscheiden können und dann auch die Daten dazu liefern. Wir haben ja schon Wagen von Whiting's im Angebot, äh, nicht im Angebot, im täglichen Nutzung und auch die Pulsmessungsgeräte und dann wäre das natürlich eine sinnvolle Ergänzung. Allein der Preis könnte ein bisschen abschrecken, aber wenn man bedenkt, was das alles kann und wofür es gut ist, kann man sich das auf jeden Fall schon mal überlegen. Weiter geht es dann mit Samsung und die haben auch während der CES vorgestellt und zwar sind das neue Monitor, der View Infinity S9 und der, ach wie hiess der zweite noch, noch ein bisschen scrollen, war es nur der? Ne, der M8 Smart Monitor, 27 Zoll. Beides spannende Geräte, bei vielen Newsseiten als Apple Studio Display Konkurrenz angeteasert. Ja, sie sehen ein bisschen so aus, aber ja, vieles ist da natürlich auch Clickbait. Sie haben viel weniger Rand, sie haben eine Kamera integriert und schauen schick aus. Warum nicht? Kann man mal ausprobieren. Nanoleaf ist derjenige Hersteller, den ihr viel bei Technik-Youtubern im Hintergrund gesehen habt, früher und mittlerweile viele Menschen zu Hause haben. Das sind die Dreieckchen, die man zusammenstellen kann, womit man dann so Hintergrundbeleuchtung und ein schönes Ambient-Licht hervorbringen kann. Die haben schon zusätzliche Geräte vorgestellt in den letzten Jahren und jetzt an der CES bringen sie noch mehr. Sie bringen einen Fernsehhintergrund, der das Bild mit aufnimmt und verbreitert, vergrössert, was zumindest auf den Bildern und dem ersten Video extrem geil ausschaut. Dann haben sie Sense-Controls, also neue Kontrolleinheiten. Sie haben mit dem Skylight ein extrem cooles Licht für oben am Wohnzimmer oder am Esstisch und sie haben eben mit den Sense-Kontrollen die Fernbedienung, die sie an die Wand tackern können. Ich finde das Update sehr stimmig und muss mal schauen, dass ich mir da was anschauen kann. Weiter geht es mit OnePlus, die Oppo-Tochter. Die kommt jetzt offiziell in die Schweiz, nachdem es Ende des Jahres nicht geklappt hat, also November letztes Jahres, aufgeschoben wurde, ist es jetzt soweit. Mit dem Jahr 2023 kommt OnePlus offiziell in die Schweiz und somit haben wir eine neue Smartphone-Marke, die man auch dann eher empfehlen kann, weil eine Schweizer Vertretung. Das gefällt mir. Hier bin ich gespannt, was alles kommen wird. Aktuelle Geräte, ja, die 10er-Reihe ist nicht so, wie soll ich sagen, überragend. Was aber mehr überragend ist und gerade auch heute vorgestellt wurde, ist das 11er. Das ist der erste Smartphone auf dem neuen Snapdragon 8 Generation 2 Chip und mit der Hasselblatt-Kamera hinten dran. Das Teil ist schon sehr, sehr spannend. Wie gesagt, in China vorgestellt. Bei uns wird es im Februar vorgestellt. Ich muss gleich mal schauen, ist es um die CES rum oder nicht? CES, um den MWC rum? Ich weiss es nicht genau. Barcelona, ihr entschuldigt mich, dass ich jetzt hier live google, Suchmaschine benutze. Genau, nee, es ist nachher. 27. Februar bis 2. März ist das MWC. Vorgestellt in Europa wird es am 7. Februar. Wir dürfen gespannt sein. Zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten, und zwar positive für die Volvo-Tochter Polestar. Kennt ihr die Elektroautos von Polestar? Obdisch gefallen die mir noch recht gut. Ich bin recht einfach, was das Auto anbelangt. Vier Räder genügt mir. Aber mir gefällt das Design. Auch hier in der Umgebung, Nachbarn und im Nachbardorf, also hier, wo ich das Büro habe, es fahren zwei, drei Polestars rum. Die gefallen mir schon sehr gut. Und was hat man anvisiert für das Jahr 2022? Wollte man 50.000 Exemplare ausliefern? Das hat laut Twitter-Aussage vom CEO Polestar auch geschafft. Das freut mich natürlich. In dem Bereich darf noch viel gehen. Und was dann nach Nexons gehen wird, ist der Polestar 3, ein Elektro-SUV. Da könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere meiner Nachbarn dann vom Zweier oder respektiv die haben den Einer auf den Dreier wechseln werden, weil die lieben so grosse Autos. Unverständlicherweise. Aber kann man machen. Genau, das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.